Bock auf den finalen Kampf gegen Ripto? Willkommen zurück zu Let's Replay Spyro Enter the Dragonfly. Ja, da werden wir gleich hingehen, allerdings erst gleich. Denn zuvor haben wir noch das Libellen-Dojo zu kompletieren. Wir könnten das ganze, glaube ich, übrigens auch durch den Atlas bereisen. Allerdings möchte ich gerade vorher überprüfen, ob Riptos Tor offen ist. Es sollte nämlich eigentlich nicht offen sein. Wir sollten noch nicht gegen ihn campen können, wenn wir nicht 100% haben, oder? Oder wie ist es gehandhabt? Oder gibt es bei 90 schon den Final-Fight? Das weiß ich tatsächlich nicht. Es gibt ja auch relativ wenig Spiele eigentlich, wo man 100% braucht, um das Ende zu machen. Nee, aber es geht tatsächlich noch nicht. Auf der anderen Seite, gut, das Spiel ist theoretisch auch schon fertig, wenn man 70% hat und Ripto besiegt hat. Dann ist das Spiel ja eigentlich so gesehen auch schon irgendwie zu Ende. Aber natürlich nicht auf 100%. Gut, dann versuche ich das jetzt mal bei den Atlas. Hier sollte es nämlich funktionieren in dem Spiel. Wir werden einfach jetzt das Libellen-Dojo anwählen. Moment, mit irgendeiner Taste ging das, glaube ich. Dass man da hinkam. War das die Taste? Nein. Scheiße. Okay, dann versuchen wir nochmal ein bisschen. Ich meine, das ging in dem Spiel. Ich weiß noch nicht mehr wie. Ach so, drücke B-Knopf, um zum folgenden Level zu springen. Da steht es doch sogar da oben. Ich dödel. Ja, was ist jetzt der B-Knopf, ist die Frage. Das hier. Okay. Quadrat war der B-Knopf. Sehr schön. Wie gesagt, ich spiele das ja als Play-Sea-Controller. Das erspart uns jetzt in dem Fall einfach nur nochmal das Hinrennen zum Libellen-Dojo. Was jetzt nicht mehr weit gewesen wäre von hier aus, okay. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt gerade mal überprüfen, ob das Tor offen ist. So, hier brauchen wir den Eisatem, um den drei Drachen zu helfen. Das war toll. Wieder den Drachenmeister, bla bla bla. Es interessiert mich nicht. Ich will nur kurz quick and dirty den Leuten da helfen. Einem haben wir sogar schon geholfen. Und ich bin gespannt, ob das noch gespeichert ist. Ich schätze mal nicht, weil wir waren ja ewig nicht hier. Wobei es auch, glaube ich, nichts damit zu bemerken hat, wie lange man weg ist, sondern dass man weg war. Ich glaube, danach wird sich das Favorit setzen. Wobei ich es natürlich auch nicht so schlecht fände, wenn das jetzt noch gespeichert bleibt. Ich glaube, wie die gewesen ist. Wie auch immer. So, mit dem muss ich vielleicht wahrscheinlich mal reden. Aber erstmal, hol schon mal den Drachen runter. Einfach, weil ich es kann. So. Außerdem habe ich ja schon mit dem geredet, deswegen alles super. Und? Was steht da jetzt? Zwei oder eins? Da steht gar nichts. Schön. Hallo. Willst du mit mir reden? Gerne doch. Ja, ich habe sie gesehen, aber ich habe auch gesehen, dass mich hier der Typ gerade sehr abfuckt. Mein Gott. Aber eigentlich gab es doch auch so einen Counter von wegen, hey, du hast so und so viele Drachen runtergezogen. Das ist so, hier irgendwie nicht. Okay. Also jetzt gerade irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Na gut. So, die anderen beiden waren auch auf so vereinzelten Plattformen jeweils. Hier kommt auch jetzt gleich der Geldsack. Der uns die fehlenden zwei Edelsteine abgeknöpft hat. Können wir mal mit dem sprechen, aber er will wahrscheinlich immer noch keine Ahnung was machen. Dichter will er wohl nicht mehr werden. Hallo. Danke, Spiral. Diese Edelsteine, die Musik in meinen Ohren, bla 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 bla. Inspirieren so. Eingefroren. Der Sack. Der Geldsack. Achso, von hier aus komme ich ja gar nicht da hoch. Da muss ich ja schon hier sein. Der S hat uns aber generell ganz cool. Ich mag den wirklich sehr gerne. Wahrscheinlich meine Lieblings-Atem-Art. Weil man einfach alles und jeden einfrieren kann und ihre Geldbeutel zum Schlauen kann oder so. Das finde ich tatsächlich hier gerade sehr interessant. Bei, ach jetzt gibt es einen Counter. Bei Spiral 2 war das ja glaube ich. Da gab es ja diese Aufgabe, wo man so Leute einfrieren musste. Diese springenden Dinge. Und da war es teilweise wichtig, auf welcher Höhe sie waren. Je nachdem war da nämlich der Eisblock größer. Bei dem ist es egal, ob der hoch springt oder nicht. Der Eisblock ist gleich groß. Nämlich wenn er auf dem Boden ist. Und Spyro hat wieder keinen Bock und dreht sich im Kreis. Super. Brrrr, ganz schön kalt. Aber du hast meinen Drachen gerettet. Danke schön. Gerne doch. Sieh mal Spyro, was da aus dem Baum kam, als du meinen Drachen runtergeholt hast. Eine Baby-Liebelle. Hey, sie ist weggeflogen. Du hast Mondlicht gefangen. Uh, Mondlicht, toll. Super. Damit haben wir es selber geschafft. Und damit haben wir das Spiel geschafft vor allem. Naja, noch nicht ganz. Ripto ist noch zu besiegen. Aber wir haben 90 Gebellen und 7000 Edelsteine. Beziehungsweise aktuell halt jetzt 6800, weil wir 200 an Geldsack abdrucken mussten. Aber das ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon alles erledigt. Zumindest außer halt den Kampf. Oh Gott. So. 5 Minuten des Parts sind rum und jetzt bin ich mega gespannt, wie lange das dauern wird. Kann entweder relativ schnell gehen oder halt wirklich Ewigkeiten dauern. Mittelmaß werde ich wahrscheinlich nicht finden. So, wir gucken uns das noch einmal an, wie viel Prozent wir jetzt haben. 100 Prozent. Gut, das Spiel ist fertig. Wir müssen nicht mehr gegen Ripto kämpfen. Wunderbar. Okay. Was geht da ab? Das Spiel war jetzt ja komplett broken. Das wäre ja schon Bundary Break mäßig. Was zum Fick? Was war das? Was war das? Ich konnte den Atlas ganz komisch steuern. Im Nirvana. Alter. Okay. Was auch immer das war. Der letzte Kampf steht bevor. Let's go. Hokus pokus. Dreimal Spyros Karte. Ich finde es witzig, wie dieses Edelstein-Symbol immer verschwindet beim Speichern. Sehr interessant. So, komm her, Mr. Hokus pokus. Du schon wieder? Wie ist das möglich? Ich werde dich gleich endgültig fertig machen. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Hört sich wie ein Videospiel-Klischee an. Bla, 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 bla. Ja, das hast du auch beim letzten Mal schon gesagt. Fokus pokus. Fokus pokus. 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 Wow, super. Habe ich den richtigen Atem? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt. Nein, fuck, immer noch nicht. So, jetzt. Jetzt. Du Arschkrampe. Du Arschkrampe, komm her, bleib stehen. Lauf nicht immer weg, du feige Sau. Feiges Hühnchen. Wichtig, selbst wenn der hier alle Dinger weg hat, kann er am Kopf noch anbleiben und verletzen. Denn jetzt. So, jetzt kommt der Eisscheiß. Und dann geht es richtig ab. Dann geht es richtig ab mit seinem Elektrohammer da. Das wird nicht ganz einfach. Ich weiß auch nicht, ob die Phasen gespeichert bleiben. Ich glaube nicht. Wir müssen, glaube ich, jedes Mal die ganze Scheiße machen. So, aber die zweite Phase ist ein Witz. Also, der macht da wahrscheinlich Attacken, aber der ist so schlecht. Da passiert gar nichts. Die zweite Phase ist wirklich das Lächerlichste. So, oh, zack, zack. Er hat mich betroffen. Ich rief mich zum Lächerlich. So. Ja, Hokus Pokus erneut. Er wird wieder ein Stück größer. Jeden Tag ein bisschen besser. Und jetzt geht halt richtig ab. Ich müsste am besten jetzt erstmal ein paar Viecher hier töten. Ja, jetzt ist er der ultimative Zauberer und sieht mega hässlich aus. Ja, danke, dass ich überhaupt erstmal irgendwas machen darf. So. Was hat er gerade gemacht? Äh, Spyro? Sparks, besser gesagt. Sammels du bitte mal deinen... Muss ich nicht, glaube ich, irgendwie warten, bis er... Bis er sein Ding da in den Boden rammt? War da nicht was? Fuck. Alter. Und da ist, glaube ich, irgendwie Glückssache, wenn er das macht, ne? Wie war das? Ich blick gerade noch nicht ganz durch. Genau, jetzt, 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 jetzt. Zack. Einmal getroffen. Ja, und ich bin tot. Super. Ja, weil ich Kamerapolymer hatte. Und wir fangen wieder am Anfang an, oder? Nein, tun wir nicht. Oh, das ist sehr nett. Das ist nett. Das muss ich, da muss ich im Spiel mal ein Kompliment machen. Das ist gut. Oh, fuck. Er hätte, ja, ich könnte schon angreifen. Das war zu spät. Das war Glückssache, wann er den so heftig in den Boden schlägt, dass... Das war komplett random. Das finde ich blöd. Das finde ich bei dem Kampf wirklich richtig blöd. Was einfach keinen Sinn macht. Wir sollen ein bestimmtes Muster haben und fertig. Au. Ah, deine Mutter. Oh, shit, das war schlecht. Ich habe es ja zu sehr auf die Energie abgesehen. Komm her. Ach so, der hat schon wieder... Ja. Ich habe es nicht genau verstanden. Was haben wir? Die Kamera ist aber ein bisschen ungünstig hier, dass man die dann selber drehen muss. Komm, mach doch mal deine Probleme da. Nicht das. Komm, hau rein. Nochmal. Und jetzt bitte im Boden bleiben. Nein, wieder nicht. Blöd. Oh, da gibt es Energie. For free. Er hat keinen Bock mehr, das zu machen. Sparks, friss doch mal. Alter, was hast du für ein Problem? Der Schmetterling fliegt vor deiner Nase. Er will nicht fressen. Und jetzt zieht er mir trotzdem nichts ab. Ich verstehe das nicht, ehrlich. Warum frisst Sparks diesen Schmetterling nicht? Ja, aber ihr seht doch schon, ich habe eine Menge Pech gerade bei dem Kampf, weil er einfach das Ding nicht mehr machen will, was er machen soll. Er hat einfach keinen Bock mehr. Gut, vielleicht habe ich irgendwas vergessen, was ich jetzt machen muss, aber ich meine, das ist einfach wirklich Glück, wann er... Ich bin gesprungen. Ja, Sparrow wollte halt irgendwie nicht, weil der erstmal ankommen wollte. Schön. Jetzt zum Beispiel, hat er ja gerade schon längst das Ding im Boden gehabt. Jetzt noch gar nicht. Ja, also stellt euch auf einen langen Kampf ein, wenn wir kein Glück haben, wie jetzt. Jetzt endlich mal wieder. So, so. Macht den gleichen Scheiß jetzt bitte nochmal. Ja. Ich habe ihn sogar darum gebeten und ich habe es nicht hingekriegt, das dem auszureichen. Ich... Ich will erstmal abhauen, die Kamera drehen und dann springen, aber das geht nicht. Das kriege ich, das darf ich nicht. So viel Zeit habe ich nicht. Voll mies eigentlich. So, jetzt hat er natürlich wieder keine Ladedings da, Hemmung. Schade. Ich habe gewonnen, dass ich bin, wenn man mal... Wenn er sein Ding da in den Boden rammt. Ah, sein Zepter, nicht sein Ding. So. Ich habe doch... Dings. Das Video mal Verdacht besprungen hat, natürlich nicht. Wow. Lass mich doch die Kamera drehen, Junge. Ehrlich. Wir müssen einfach hören. Wir müssen einfach hören. Wann er das macht. Wenn wir abhauen müssen. Bei dem ist es okay. Dann hören wir den letzten Schuss und dann sehen wir das. Wenn er wieder schlägt. Das ist so gesehen halt die schwerere Attacke. Aber er hat nur die beiden Attacken draus. Ich hoffe mir. Mehr kann er nicht. Ich weiß noch nicht, wie oft wir ihn treffen müssen. Dreimal wäre natürlich cool, aber... Ich befürchte, er wird noch deutlich mehr. Ich weiß. Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall keinen Bock mehr, das Ding in den Boden zu räumen. Das ist schlecht für uns. Weil dann müssen wir einfach nur weglaufen und hoffen, dass das irgendwann passiert. Vielleicht gibt es auch spezielle Sachen, die man machen muss. Oder eine spezielle Entfernung, die man haben muss, damit das passiert. Aber ich glaube, das ist halt wirklich random. Zumindest habe ich bisher noch keinen Nuster rausgefunden. Deswegen machen wir das jetzt so lange, bis ihr sich irgendwann mal denkt. Hey, ich könnte das mal wieder machen. Da, jetzt zum Beispiel. Komplett random. Das war schlecht. Das war einfach schlecht. Das muss ich mir eingestellt. Wir sind noch leider keine Heiler mehr. Jawohl. Letztes Mal vielleicht sogar? Nein. Okay, das war es auch nicht. Dann vielleicht fünfmal. Viermal haben wir jetzt schon. Er kommt sogar auf uns zu. Klass. Müssen wir nicht mal Eigeninitiative zeigen. Ich habe kein Leben mehr. Beim nächsten Treffer bin ich tot. Wollte ich nochmal erwähnen. Na, Mann. Immer so enttäuschend, wenn der nicht im Boden stecken bleibt. Denkt man sich so, ja toll, nochmal den unnötigen Scheiß. Ist ja auch eigentlich gar nicht wirklich gefährlich, was er dann macht. Ist einfach nur mega unnötig. Wir rennen einfach weg. Nach den dreien Malen bleiben wir stehen. Gucken wieder auf ihn und springen. Und hoffen darauf, dass das Ding im Boden stecken bleibt. Das ist alles. Mehr passiert hier nicht. Ist nicht spektakulär. Und auch nicht gefährlich, wie gesagt. Ist einfach nur langweilig. So, toll. Also echt. Bei dem Kampf hatten wir einfach... Das ist so sinnlos. Nochmal. Noch 10 Mal wahrscheinlich. Hoffentlich ist es wirklich der 5. Treffer, der ihn tötet. Vielleicht ist es auch erst der 6. Ich weiß es nicht. Aber wir kommen erst gar nicht zum 5. Das ist so von wegen, da spielen wir mich jetzt testen, ob ich dann zuverlässig bin. Also ob ich zuverlässig diesen Kampf hinbekomme. Wenn das der Fall ist, dann sagen sie mir irgendwann, okay, wir sehen, dass du es drauf hast. Das ist okay. Das ist unnötig, wirklich. Unlogisches, unnötiges Konzept. Aber das ist eigentlich kein Konzept. Das ist einfach nur, ach ja, wir knallen jetzt ruf mal rein und dann... Was ist das zu seiner Ansicht? Wenn sich die Phase wenigstens unterscheiden würden, wenn er irgendwas Spezielles machen würde, was mich wirklich töten können. Ich meine, das würde mich dann noch mehr triggern, aber... Dann würde hier wenigstens was passieren. So laufen wir immer nur von A nach B und hoffen, dass er dann irgendwann mal im Boden stecken bleibt. So wie jetzt. Endlich. Meine Güte. Sieht ein bisschen aus wie David Madsen aus Life is Strange gerade. So. Endsequenz. Nicht schon wieder. Meine Pläne waren perfekt. Zweimal habe ich diesem Zauberstab vertraut und zweimal hat er versagt. Drach. Lieb Elend, ich kann nicht gewinnen. Ich kann nicht gewinnen. Tja, das hat man davon, wenn man mit Stöckchen spielt. Dummer Ripto. Saurier und Magie passen einfach nicht zueinander. Du hörst noch von mir, du kleiner Teufel. Ich komme wieder. Und dann wird es dir leid tun. Euch allen wird es leid tun. Ganz bestimmt. So normal wie es in Märchen eben sein kann, Kumpel. Ich sag euch was, Jungs. Wir stehen nicht nur tatenlos herum und lassen Ripto den Babydrachen den Tag verderben. Den Rausparks oder den Libellen. Nun, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Findest du nichts, Spyro? Dieses Klimpergeräusch kam auch dezent zu früh. Wie dem auch sei, nach 17 Minuten und ja, dann entsprechend etwa nach viertel Stunde Kampf gegen Ripto haben wir es endlich geschafft. Nachdem wir 50 Mal in der Laufen mussten, ähm, ja. Also ne, der Kampf ist scheiße. In allen Phasen. Generell, dass es da drei Phasen gibt und so, hätte man auch drei verschiedene Bosse oder sowas machen können, ne. Das ist, das ist komplett unkreativ. Aber an sich, äh, ja. Ich kann im Spiel nicht böse sein, weil es macht einfach so mega Fun. Es ist einfach mein Nostalgie-Spyro. Ich will nicht sagen Favorite-Spyro, aber es ist schon ziemlich cool für mich. Auch wenn es so verbuggt ist wie sonst was. Nicht so verbuggt wie zum Crash von Sanity, aber es ist, äh, ne, also. Allein das mit dem Edelstein im letzten Level, das ist einfach so ein richtiges No-Go. Und auch auf dem Gamecube-Port, der ein halbes Jahr später rauskam, halbe Stunde, genau. Ein halbes Jahr später rauskam. Oh, da sehen wir übrigens gerade ein Jean-Marc. Gab ja so eine Libelle, die so hieß. Ähm, äh, hier. Ist ja auch eher junger, interessant. Und auch ein Warren. Das heißt, sie sind wohl teilweise tatsächlich nach den Entwicklern hier benannt. Okay. Russell? Hat man Russell? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja. Das Spiel ist einfach immer noch richtig geil. Es hat mega Bock gemacht, dass sie sich zu suchten. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mehr Spaß als bei Spyro 3. Es ist einfach so. Es ist halt einfach auch, ähm, ja, man hat halt weniger Level, die aber halt deutlich umfangreicher sind und man hat da viel mehr zu erledigen. Und ja, es ist im Endeffekt mehr dieses Wo ist denn da noch was mit diesen Libellen? Bei den Dracheneiern zum Beispiel war es immer relativ offensichtlich, wo das ist. Ja gut, hier eigentlich auch. Trotzdem. Ich weiß nicht. Irgendwie das mit den Libellen auch an sich, finde ich, ist eine sehr coole Idee, die einzufangen und sowas. Mit diesen Drachenrunen. Das ist, äh, ich mag das Spiel einfach. Punkt. Und das jetzt nochmal auf dem Emulator zu socken, war echt nochmal ein richtig cooles Erlebnis. Das ist mal ein richtig geiler Qualität zu sehen. Jetzt war auch gerne auf der Playstation, also auf dem Playstation-Emulator gespielt. Aber wir haben ja jetzt gesehen, im Endeffekt wirklich unterschieden hat sich das Spiel auf der Gamecube nicht wirklich, auch auf dem Gamecube, nicht wirklich von der Playstation-Version. Das hat sich kaum unterschieden. Außer halt, das sind ein paar Bildschirme, anders aus, ein paar Ladebildschirme. Das war eigentlich alles. Insofern ist es jetzt komplett egal gewesen, welche Version wir spielen. Und die hier lief halt stabiler, wie am Anfang erwähnt. Und deswegen, ähm, ja, bin ich ganz froh, dass ich dann doch diese gewählt habe. Und bin vor allem froh, dass das jetzt alles einwandfrei funktioniert, von der Aufnahmetechnik her. Und vom Emulator her, das hat jetzt keine Probleme gemacht, alles super. Das lief alles so flüssig, wie ich es erwartet habe, wie ich es erhofft habe. Besser geht trotzdem, klar. Aber, ja, egal. Das lief jetzt immerhin so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist, das ist toll. Ja, wie erwähnt, äh, die Spyro Replays werden natürlich weitergehen. Das war, damals, wo ich über Spyro Replays zum ersten Mal nachgedacht habe, nicht klar. Aber mittlerweile, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall noch Heroes Tale zocken. Allerdings eben, wie öfter im Korrekt erwähnt, unter kleinen Pause jetzt dazwischen, wo ich ein bisschen andere Sachen zocke. Wahrscheinlich vorrangig Mario. Ähm, einfach, weil ich da mega Bock drauf habe, gerade mal ein bisschen Mario auf meinem Kanal zu bringen. Und, weil in Heroes Tale halt wieder ein sehr langes Spyro Spiel ist, was wieder lange dauern wird. Bestimmt wieder 50, 60 Parts. Okay, es ist nicht mehr blind, vielleicht 40, 50, aber trotzdem, in der Richtung. Es wird dauern. Bestimmt wieder ein, zwei Monate. Vielleicht länger. Deswegen, da möchte ich jetzt mich noch nicht direkt mit befassen. Ich habe kurz überlegt, ob ich Quälen sagen soll, aber es ist ja, es macht ja schon Spaß, ne, aber diese, diese Blink-Level, ne, da habe ich jetzt schon wieder keinen Bock drauf. Aber auch die gehören zu dem Spiel dazu. Naja, das lassen wir erstmal spätere Sorgen sein. Ich schätze mal irgendwann im Frühling, so um Ostern rum vielleicht, wenn ich es mal anfange. Mal schauen. Ähm, und The Legend of Spyro werde ich auf jeden Fall auch anfangen zu replayen. Sage ich deshalb, weil ich auf jeden Fall die ersten beiden, also in New Beginning und die Eternal Night zocken will. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob ich Dawn of the Dragon wirklich noch eine Chance gebe. Das wird dann spontan entschieden wahrscheinlich. Und sonst, ähm, ja, bei den GBA-Teilen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die nochmal replayen werde. Kommt drauf an. Aber das habe ich bei Crash jetzt auch gemacht. Insofern kann ich bei Spyro eigentlich auch nochmal die ganze Reihe replayen. Äh, aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ich meine, es ist doch überhaupt noch nicht lange her, bestimmt ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht. Ja doch, ein Jahr, vor einem Jahr habe ich, ähm, Season of Ice oder Season of Flame noch gespielt, ja. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht mal so, ich sag mal notwendig, dass man da direkt ein Replay von macht, aber vielleicht mache ich das mal schauen. Weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, erstmal wird die Reihe jetzt pausiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch Spaß bei Enter the Dragonfly. Auch mit dieser coolen Grafik jetzt und so. Auch wenn Enter the Dragonfly ja wahrscheinlich auch nicht allzu beliebt, deswegen Bugs. Und generell, das ist halt nicht mehr so cool wie die alten Spyro-Spiele. Ich finde aber tatsächlich, das ist, hier finde ich den Übergang weniger störend insgesamt als bei Crash. Also bei Crash mit Crash 4 mit dem Klettern und so, ist das schon extrem störend. Und bei Spyro, okay, der ist auch langsamer hier in Enter the Dragonfly. Und trotzdem. Man hat ja hier ein bisschen mehr Innovation im Endeffekt drin, dass die Levelgröße sind, dass nicht alles komplett übernommen wurde und sowas. Es ist übrigens auch mal dieselbe Demo, was ich ziemlich blöd finde. Deswegen glaube ich, dass das hier eigentlich weniger Kritik insofern verdient hätte als Crash 4. Aber darauf werde ich wahrscheinlich noch mal in der Ära-Theorie eingehen. Was nochmal ein letztes Stichwort sein sollte jetzt hier am Ende. Ich werde natürlich die Ära-Theorie kommen. Wir hören uns nochmal die geile Mucke an. Dann sehen wir nicht dazu tausend nochmal die Demo. Ganz immer die geile Mucke aus den Drachenreichen an. Ich bin bei der Ära-Theorie dran. Ich habe ja, das ist immer noch der Stand von vor, keine Ahnung wie vielen Parts, wo ich das erwähnt habe. Die zusammen, ach ich lande beim Ripto. Ich will nicht bei Ripto landen. Warum lande ich bei Ripto? Die meisten Spiele resetten mich doch einfach vor dem Kampf. Warum tut das Spiel das nicht? Ich kann auch nicht aus dem Level raus, oder wie? Oder kann ich den Atlas? Kann ich jetzt einfach ein beliebiges Level? Geht das? Ich habe die falsche Stasse gerückt. Was? Ich habe doch genau die gleiche Stasse gerückt wie vorhin. B-Knopf um ins Level zu springen. Ich glaube, das geht nicht. Einen auf. Doch, okay. Man konnte nur nicht in die Drachenreiche, weil man da gegen Ripto kämpft. Kann ich denn von dem Level aus, wo ich jetzt drin bin, ich glaube Getreidekreis landen, zurück ins Drachenreich? Oder lande ich dann wieder bei Ripto? Das ist ja extrem komisch gelöst, muss ich sagen. Ich habe ja noch nie so ein 100% Spiel schon wieder geladen. Interessant. Naja, auf jeden Fall. Ich bin gerade bei Spyro 2 dran. Habe das Skript vertonen und geschrieben und alles. Ich werde da jetzt quasi anfangen. Das Ganze zu schneiden. Also das Video an sich zu erstellen. Und dann natürlich irgendwann Spyro 3. Und in The Dragonfly habe ich jetzt auch das Rohmaterial. Das heißt, da könnte ich dann auch irgendwann anfangen. Aber das alles, ich let's play das auf jeden Fall aktuell schneller, als dass ich das irgendwie in der Ära-Theorie verarbeiten kann. Das war mir aber auch klar. Nun, der Speicherplatz ist gerade halt ein bisschen problematisch. Naja, wie dem auch sei, das soll euch nicht stören. Ich denke mal, so im Februar oder sowas könnte man dann tatsächlich damit rechnen, dass die Ära-Theorie Spyro The Dragon zum ersten Mal, der erste Part, der erste Teil kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich muss dann auch unbedingt mal den Crash-Post-Talk machen. Aber ich muss so viele machen insofern. Ja. Es kommt, wann es kommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ihr seid dann auch wieder dabei, wenn ihr Bock habt. Ja, wie gesagt, bei Heroes Tale irgendwann. Frühjahr wahrscheinlich. Im Frühling. Und sonst, wie gesagt, vielleicht, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, Mario, vielleicht Hyrule Warriors wieder ein bisschen anfangen. Ein bisschen Animal Crossing. Böse Nachbarn läuft ja wahrscheinlich noch. Insofern, ihr habt genug zu gucken, wenn ihr Bock drauf habt. Streams werde ich vielleicht auch mal wieder machen in der nächsten Zeit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.